Ölaktien jetzt kaufen, das ist eine Frage, die viele umtreibt, denn historisch gesehen ist der Ölpreis extrem günstig, was sich natürlich auf die Bewertung von Unternehmen auswirkt. Jetzt gilt es also die Frage zu beantworten, worauf ist zu achten, wenn man ein Investment in diesem Bereich plant. Und deswegen beschäftigen wir uns im heutigen Video genau mit diesem Thema. Springen wir zuerst auf den Bildschirm, sehen wir, der Ölpreis ist, wenn man das hier historisch sieht, sowohl im WTI als auch im Brent auf einem historisch sehr niedrigen Niveau angelangt, das sehen wir hier auch. Und kurzfristig haben wir im Endeffekt Gerüchte, die zur Schlichtung zwischen Russland, Saudi-Arabien und den USA den Anschein machen, dass es da gegebenenfalls Auswirkungen auf den Ölpreis gibt, wodurch wir jetzt schon einen gewissen Anstieg haben. Wenn man sich mal anguckt, was die Märkte jetzt oder die Aktien machen, gibt es, wenn man sich Research anguckt, eine Tendenz, die eigentlich erstmal nicht ganz intuitiv ist. Wir haben hier, wenn wir uns mal angucken, europäische und amerikanische Oil-Produzenten, die schon hier in einem steigenden Markt sich jetzt gerade befinden, die auch aufgekauft werden, das sehen wir nachher auch bei Shell, aber der Preis an sich noch weiter fällt. Das heißt, es ist erstmal die Erwartungshaltung des Marktes, dass der Ölpreis sich erholen wird, obwohl er das aktuell noch gar nicht widerspiegelt. Das heißt, es wird vor allem in Aktien jetzt gerade die Zukunft gehandelt. Wenn man sich mal anguckt, wie ist denn eigentlich der Verlauf von Bohrinseln in den USA, sehen wir, dass wir hier so um 2000 bis Anfang 2019 einen Hochpunkt haben und das Ganze jetzt sukzessiv abflacht, weil es natürlich ab einem gewissen Preisniveau nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll ist oder überhaupt lohnenswert, Oil hier zu fördern. Und das sehen wir auch, wenn wir mal hier vergleichen von Anfang April 2019 und jetzt dem 3. April 2020, dass hier schon ein Einbußen um knapp 25% so um den Dreh stattgefunden haben. Wir müssen uns da auch an der Stelle nur mal angucken, was ist so im US-Bereich die durchschnittlichen Kosten, die wir haben, wenn wir Öl produzieren. Und das ist eine Profitabilität, die wir hier sehen, so zwischen 48 und 54. Das heißt, wenn man nochmal Abweichungen nach oben und unten nimmt, so 40 bis 60 ist eine Range, in der auf jeden Fall gearbeitet werden kann. Schauen wir uns an, wer die größten Produzenten sind. Sehen wir auch hier mit 18% sind die USA hier ganz führend und danach Saudi-Arabien und Russland. Und was wir an der Stelle immer in Perspektive rücken müssen und was wir jetzt auch angucken, was sind die Produktionskosten der einzelnen Länder? Weil das ist das große Manko jetzt der USA, worauf man auch im Endeffekt achten muss. Da ist es sehr teuer, was wir gerade gesehen haben in der Produktion. Schauen wir uns das Ganze mal an. Sehen wir hier also die verschiedenen Produktionskosten der einzelnen Länder. Und wir sehen hier, dass wir vor allem in Saudi-Arabien und Russland eher Bereiche haben, die im niedrigeren Segment jetzt hier produzieren. Wenn man nochmal tiefer reingeht, sieht man, dass die Zahlen hier, zumindest was ich aus dem Research gefunden habe, nicht ganz exakt sind. Das heißt, es kommt dann auch immer nochmal darauf an, was wird wo produziert. Das sind immer noch Einflussfaktoren, die auch auf Unternehmensebene dann berücksichtigt werden müssen. Aber wir sehen, sowohl Saudi-Arabien als auch Russland sind tendenziell mit einem günstigeren Ölpreis immer noch profitabel. Das heißt, wenn man jetzt das Ganze schwemmt mit Öl und den Preis nach unten bringt, hat man vor allem geopolitisch gesehen eine deutlich bessere Verhandlungsposition gegenüber den USA, weil natürlich die gesamte Wirtschaft davon betroffen ist, die im Ölbereich aktiv ist. Das sieht man auch, wenn man sich jetzt gerade dieses Ölbohrinsel-Beispiel anguckt und dann mal guckt, was in den eigentlichen einzelnen Regionen an Häusern zum Beispiel, die auf den Markt kommen, dann sehen wir, das Angebot da steigt auch. Das heißt, es sind tendenziell eher Arbeitslosigkeit, die dort stattfindet, weil es tendenziell auch gut bezahlte Jobs sind. Und das sieht man dann eben auch in anderen wirtschaftlichen Bereichen widergespiegelt. Wenn man jetzt hier aber mal guckt, sehen wir vor allem bei Ölproduzenten, dass wir ein sehr kapitalintensives Geschäft haben. Wir sehen hier den Cashflow, der produziert wird und die CapEx, also die Kosten, die das Unternehmen für die Produktion hat. Und da sehen wir hier, dass es immer wieder einen Großteil, zumindest im Durchschnitt gibt, der im Endeffekt einen höheren Produktionskosten hat, als er nachher einen positiven Cashflow generiert. Und wir sehen das zusätzlich, dass wir immer eine hohe Schuldensituation in den Unternehmen haben, weil es eben ein sehr, sehr kapitalintensives Geschäft ist, was wir berücksichtigen müssen. Die Zahl, die wir hieraus einfach mal mitnehmen, ist, dass wir nicht den Großteil der Unternehmen haben, die hier profitabel handeln kann, sondern wir eben nur eine geringe Anzahl, jetzt hier die letzte Zahl, die eingeblendet ist, von knapp 10% haben, die mit einem positiven Cashflow aus diesem Geschäft hier erstmal herausgehen. Und das sind alles Dinge, die man im Hinterkopf behalten muss, wenn man jetzt in Ölaktien investieren möchte. So, gucken wir uns mal eine Aktie dazu an. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel Shell rausgesucht. Und da sehen wir schon diesen Effekt, den ich auch gerade genannt habe, und im letzten Video haben wir uns auch mit Shell schon ein wenig beschäftigt, dass wir hier schon steigende Kurse haben, obwohl der Ölpreis noch gar nicht nach oben so weit jetzt reagiert hat. Schauen wir uns die Forward-Kurve von Öl an, sehen wir, was sind die Erwartungshaltungen des Marktes. Und da sehen wir, dass tendenziell ein steigender Ölpreis erwartet wird, bis zu einem Preis hier so um die 50. Wenn wir jetzt den Ölpreis nehmen, dann ist es immer eine Sache, die wir schon im letzten Video geklärt haben, das kannst du dir hier auch nochmal anschauen, dass es sehr, sehr schwer ist, den aktuellen oder einen zukünftigen Ölpreis vorauszusagen, weil das Ganze basiert vor allem auf Angebot und Nachfrage. Und wenn wir jetzt von verschiedenen Staaten Einflussfaktoren haben, die für ein extrem starkes Angebot sorgen, dann führt es eben dazu, dass der Preis auch künstlich tief gehalten werden kann. Und solange es einen Vorteil für das Land bietet und man trotzdem vielleicht noch Break-Even produzieren kann, ist das auch eine Sache, die sich weiter hinziehen wird. Entscheidend sind also vor allem Angebot und Nachfrage. Das heißt, was ist die zukünftige Nachfrage? Und wir haben im letzten Video gesehen, dass eine Erwartungshaltung liegt von knapp 1% per annum Steigerung in der Nachfrage von Öl. Wenn das Ganze so eintritt, ist es auf jeden Fall, dass wir auch weiter damit rechnen können, dass wir steigende Ölpreise haben. Wenn jetzt hier auch noch eine abflachende Nachfrage eintritt oder früher auf alternative Energien umswitchen kann, dann ist das natürlich eine Sache, die sich hier einpreist und natürlich auch den Ölpreis dann beeinflussen kann. Tendenziell gehe ich auch eher von einem steigenden Ölpreis aus. Deswegen macht es schon jetzt bei Aktien Sinn, genauer hinzugucken, welche Sachen bieten sich denn an zum Kauf und welche nicht. Dazu gleich nochmal was. Shell haben wir uns im letzten Mal schon angeguckt und hier in solchen Phasen ist es immer ganz interessant, was machen solche Unternehmen. Und da sind Sachen, die mir auffallen, die sofort bei mir die Alarmglocken angehen lassen. Shell nimmt hier im Prinzip Kredit auf, um die Dividende zu sichern. Das ist quasi das Schlechteste, was man machen kann, weil wenn ich selbst in einer Situation bin, in der ich gegebenenfalls finanzielle Probleme bekomme, aber jetzt Kredit aufnehme, um den Kredit dann auszuschütten, das ist das, was ich als Investor eigentlich am wenigsten sehen möchte. Was natürlich damit gemacht wird, ist die Bilanzen ein bisschen aufhübschen beziehungsweise nach außen das Außenbild. Wir haben immer große Abhängigkeiten von zum Beispiel Großinvestoren, die auf Dividenden angewiesen sind, die ansonsten Gelder abziehen, wenn die Dividende nicht mehr da sind. Das heißt, der Druck von Investoren gegenüber ist schon da, aber rein wirtschaftlich oder wenn ich mich in die Lage hineinversetze, ist das eine Sache, die ich nicht sehen möchte. Eine zweite Sache, die jetzt auch hier bei Shell auffällt, die mir extrem negativ aufstößt, ist Folgendes. Wurde hier von Shell im Endeffekt gesagt, dass das Buyback-Programm eingestellt wurde, obwohl wir es in den letzten Jahren immer weiter erhöht haben. Wenn wir das mal hier uns angucken, Shell, dann ist es nämlich so, dass vor allem in diesen Phasen, die wir hier oben sehen, Rückkäufe getätigt wurden, das heißt dieser Bereich hier, und wir jetzt also für das Gleichgeld, das Doppelte an Anteilen bekommen würden, das heißt, der Mehrwert für einen Investor wäre viel höher, der geschaffen würde, und jetzt gehen wir im Endeffekt hin und schreiben und streichen diese Buyback-Programme. Das ist eine Sache, wo ich mir denke, okay, was ist jetzt der Sinn dahinter? Das ist eine Sache, wo man sagt, okay, soll man jetzt machen, wenn man jetzt die Ausgaben weiter senken möchte, aber rein logisch und rein wirtschaftlich ist das genau das Gegenteilige, was ich eigentlich sehen möchte. Wenn ich die Aktien günstig kaufen kann, dann macht es Sinn, dass ich dann auch ein Rückkaufprogramm mache. Wenn ich sie teuer kaufen kann, und das sehen wir leider hier, dann werden sie teurer gekauft. Das ist jetzt der geschaffene Mehrwert, ist geringer. So, welche Aktien bieten sich jetzt also vor allem an? Ihr werdet hier keine konkreten Empfehlungen sehen, aber es ist ganz wichtig, aus den Daten, die wir jetzt hier rauslesen, darauf zu achten, wann sind eigentlich diese Unternehmen, dass sie profitabel produzieren können. Das heißt, wenn man sich mal genauer in den Ölbereich hineinfuchst, sieht man, es gibt Unternehmen, die zum Beispiel sehr geringe Kosten der Förderung haben. Da sind immer auch davon abhängig, welche Felder besitzen sie zum Beispiel. Und in diesen gilt es dann genauer hineinzugucken, um dann herauszufinden, sind die nicht jetzt auch genauso von diesem Einbruch betroffen, aber ist das Chancen-Risiko-Verhältnis bei diesen Unternehmen nicht viel, viel höher. Und da sehen wir vor allem kleinere Ölproduzenten, die jetzt tendenziell eher dann in den Fokus rücken vom Chancen-Risiko-Verhältnis. Wenn wir sagen, ich möchte einfach langfristig von einem steigenden Ölpreis profitieren, kann man natürlich auch über die großen Player nachdenken. Tendenziell muss man eben da berücksichtigen, dass das Potenzial wahrscheinlich geringer ist, dass wir extrem hohe Kosten haben und man entscheiden muss, sind diese Entscheidungen, die hier vom Management getroffen werden, die ich auch als Investor vertreten kann. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber man kann natürlich, wenn man von einem tendenziell steigenden Ölpreis ausgeht, auch mit diesen Unternehmen dann profitieren. Ganz wichtig zu beachten ist, was wir auch im letzten Video angeschaut haben, es muss geschaut werden, was sind die Erwartungshaltungen, die das Unternehmen aufstellt, im Hinblick auf den Ölpreis, wann sie auch profitabel sind. Denn in den Investor-Presentations sehen wir das ganz oft, dass wir hier Hinweise darauf haben, wir sind profitabel und das und das und das unter der Annahme von einem Ölpreis, zum Beispiel von 40, von 50, von 60. Das haben wir letztes Mal gesehen. Darauf gilt es zu achten, wenn man jetzt Ölaktien kauft. Ansonsten ist es natürlich ein Bereich, wo sich jetzt das Chancen-Risiko-Verhältnis massiv verbessert hat. Das heißt, über einen Kauf von bestimmten Unternehmen kann man hier auf jeden Fall nachdenken. Was mich jetzt interessieren würde, was denkst du, welche Unternehmen hast du auf dem Schirm? Schreib mir das mal in die Kommentare. Und wenn du jetzt herausfinden willst, wie du das Ganze selbstständig umsetzt, dass du auch jetzt an die Informationen kommst, wie analysiere ich ein Unternehmen, um herauszufinden, ist es ein guter Zeitpunkt, da rein zu investieren, ist das Chancen-Risiko-Verhältnis, was ich habe, gut und wie finde ich denn eigentlich heraus, was dann auch ein fairer Preis ist, für ein solches Unternehmen zu zahlen, dann sollten wir miteinander sprechen. Dafür kannst du einfach auf www.pmlingnau.de gehen. Da kannst du ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Da zeigen wir dir ganz genau, wie du es Schritt für Schritt umsetzen kannst. Wir haben in der Delta Value GmbH nämlich ein Ausbildungsprogramm, das genau das zeigt. Das ist staatlich geprüft und zugelassen und du findest da auch ganz viele Kundenstimmen, die das Ganze vor dir durchlaufen haben und du findest da heraus, wie du eben selbst auf diese Informationen kommst und dann unabhängig vom Ölpreis, vom Goldpreis, vom Aktienmarkt, weißt, wann du welche Entscheidungen treffen kannst. So, wenn das für dich interessant ist, www.pmlingnau.de deinen kostenlosen Termin für ein Erstgespräch vereinbaren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da und schreib mir in die Kommentare, mit welchen konkreten Aktien wir uns vielleicht mal hier beschäftigen sollen, weil das ist eine Sache, die wir jetzt gerade schauen, das wieder mit reinzubringen. Von daher lass mich das gerne wissen. Wir sehen uns sonst im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank.